Hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute mal Tierdown mit einer besonderen Mod. Die Mod heißt Poltergeist. Hier, die auf irgendeiner Karte wartet. Welche Karte? Wir nehmen mal Boeing 7 Resin. Ich habe die Mod, glaube ich, noch nicht ausprobiert. Ja, ich glaube, ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber Performance Mod? Was? Ich starte einfach. Also, ich vermute mal, es sind Poltergeister auf der Karte. Die werfen Gegenstände auf mich und ich muss ausweichen. Und oben links steht zuweift und ähm... Ähm, ähm... Was geht hier ab? Hilfe! Aua! Es hat nicht mal ein Poltergeist existiert. Wow! Wow! Einer hat jetzt existiert, aber ich bin wieder tot. Jetzt komm, ich spawne neu hier die Kacke und dann... Wow! Wow! Ich muss restarten. Ich muss mich schnell verstecken, wenn ein Poltergeist kommt. Ich verstecke mich einfach in der Kabine. Schnell, 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 schnell! 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 Oh, ne! Wow! Echt coole Mod! Mann! Okay, tut mir leid, dass ich beim letzten Mal so überscheuert bin. Bin ich wahrscheinlich jetzt auch. Oder wahrscheinlich eher... Oh, mein! Ich will auf Klo. Hallo, äh, ja, äh, äh... Die müssen hier raus, einmal, bitte! Ach, ne, das ist mein menschliches Schutzschild. Oh, mein Gott. Ich hab einfach ein menschliches Schutzschild. Bodyguards, schnell hier rein. Schnell! Schnell! Schnell, 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 schnell! Ah! Okay, sorry. So, bitte einmal hier rein. So. Mann, du nervst, weißt du? So. Ich muss hier schnell durch. Schnell durch hier. Okay. Wo ist das? Oh, mein Gott. Da ist Maske. Braucht er nicht. Die brauche ich. Oh, mein... Die Sounds sind auf jeden Fall gruselig. Und ich bin fast tot. Schnell, 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 schnell. Ah! Ah, Mann. Aua, Mann. Warum ist dieses Spiel auch so laut? Warte. Ich mach das für euch besser hier. Sound-Volumen erstmal runter. So. Continue. So. Jetzt kann ich weitergehen. So, Laser-Cutter. Mann! Oh, sorry. Mann, was soll die Kacke? Ey, es hat nicht mal ein Poltergeist existiert. Ich rieße da, du normal. Ich raste jetzt aus hier. Schnell in die Kabine. Schnell in die Kabine. Ähm, äh, das... Äh, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, mein... Hilfe. Äh, da. Shit. Mann! Ey, ich kann das nicht. Wartet, wartet, wartet. Ich muss eine neue Map machen. Das ist unmöglich auf der Map. So, wir machen... Also, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Map ich mal hier von machen soll. Also, die ohne Punkte sind alle Maps. Also, das ist hier zum Beispiel eine Map, weil da kein Punkt dran ist, wie bei der... Hier. Ähm, ähm, was machen wir? Wir machen mal... Ähm, Teardown... Nein, warte. W-w... Nee, Wonderland Sandbox. Das hört sich doch gut an. Ja. Oh, hallo? Hallo? Nein, oder? Nicht... Nicht wie beim letzten Mal das Spiel stürzt ab. Komm. Bitte. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.